Guck guck, da ist der wieder Herzlich willkommen zurück bei der, was steht denn da oben, dürfen wir damit fahren, äh, bei Jack Zock Tomb Raider Legend, der siebte Teil der Reihe, mit der wahnsinnig aufregenden und hier, äh, Lara Croft Nachdem sie mich in ihrem sexy Abendkleid fast in den Wahnsinn getrieben hätte, so, haben wir sie hier wieder, normal, wie immer Zumindest hier beim siebten Teil normal, so, okay, so Lara mein Schatz, bist du wieder soweit mit mir hier, ähm, weiter zu gehen Und mit euch natürlich, ihr seid ja immer dabei, ihr seid die Anstandsdaben, nein, Spaß, alles Spaß, alles gut, Lara Jetzt setze ich mich fast im Ton vergriffen hier, ähm Ne, alles gut, ähm, so, stimmt, Geheimnisse, ich renne hier einfach los, ohne wegen die Geheimnisse zu gucken So, ist Lara jetzt mit dem Moped da oben hier hergekommen? So, wir müssen natürlich gucken hier So, ich werde ja auch mal, äh, werde ja auch jetzt mit dem, äh, bei dem Controller bleiben So, und es geht wieder los Ich muss was hoffen, das Ding muss aufgeladen werden hier, dass das Ding nicht schlapp macht, bevor ich hier fertig bin für heute Ja So, da war, blablabla Regulär, um zu schießen Um wüsst ihr Was? Ne, 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 so weit bin ich noch gar nicht Ich bin da hier schon So, nach unten Also, da habe ich voraus Plattform um genau sieht es aus so die drei sind nämlich ziemlich nebeneinander so Lara wir haben genug wenn alle Stricke reißen steige ich ins Postkartengeschäft ein auch diese kleinen Termiten stellen alles auf den Kopf aber das reicht nicht mal sehen ich kann am besten denken wenn ich klettere ja wohl ja so ok folgt dem Vater unten stand da so was ist jetzt hier die kleinen Termiten Lara wie redest du denn über menschliche Wesen sag mal mit deiner ganzen Ballerei hier auf Leute da hast die Jägel die sind für Leben verloren ja und nun? ey warte mal jetzt müssen wir jetzt stand der da der von die Leer komm kletter erstmal hier hoch ja hier runter und ich versuche das noch mal aufs Neue aufs auf ein neues wir sollen hier runter ins Wasser sprengen Lara vielleicht könnt ihr dir das gleich ultra weh tun naja so, hei so hei, ah, ah, ah dann erstmal auftauchen scheiße ja, so das Tor, das lassen das lassen wir erstmal sein tauch erstmal runter hier verdammt, wir kommen da nicht hin, da ist ne Strömung, wie kommen wir da hin? an der anderen Seite, oder? da unten glitzert schon was wir sollen ja in nächster Nähe drei Geheimnisse finden das Silberne haben wir gerade gesehen oh oh oh, geh mal runter hier oh 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 schwimmen jawohl können wir auch schneller tauchen da hinten ist eins wir können schneller tauchen aber wir tauchen erstmal auf das ist wie Ostern hier runter hier kommt ja so hoch hier komm wollen wir mal gucken äh 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 Silber äh 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 so was holen schenkel schenkel okay so ist das nächste wann müssen wir uns abschnitt 4 wenn es äh wenn es äh oben irgendwas wenn die geschützt kommen sind dann müssen wir aufpassen beim nächsten jetzt holen wir uns erstmal das andere Ding da nein komm auf ja was was tue ich so du bist du bist mit jedem scheiß an ja was er ist einfach mein element ich habe gerne vermisst guck mal hier guck mal hier Lara wird von Blättern aus stocken durch den Körper durch geile Grafik geht nicht mehr die strömung jetzt nachgelassen aber ist ja immer noch nicht offen Moment Moment Nö hier hat überhaupt nichts nachgelassen weil das Tor noch nicht offen ist so ganz einfach so wer warst du nun ähm wir klettern mal hier hoch würde ich sagen von hier zack Lara kann doch hier hochklettern ähm bring mal hier an das Seil bitte danke ich mach gleich Backen Solo auf deinem Arsch wenn du so weitermachst hoch hier und dann ab ans Pendel los komm hoch hier ich werde helfen nur früchten oh hier rüber das Problem ist wenn ich los lasse das Ding wieder unten oder also hast du das gesehen? guck mal nach was rein auf Halt! Stop! guck mal eh guck mal eh ja lass mal los den Scheiß was ist hier unten eigentlich keine Ahnung so warte mal na warte mal das müssen wir schnell machen auch noch oder was so geh mal hoch hier hoch hier ab ans Pendel da komm komm na so ach so Oh, da ist ja unser Tempel. Große Eingänge sind einfach unpraktisch. Das war schon immer so. Lara! Sie kommen ganz schön rum, was? Ah, sieh an! Da ist Grotland! Wie wär's, plaudern wir ein bisschen? Nur wenn Sie so weit schießen können. Sie wissen sicher, dass Fernbeziehungen keine Zukunft haben. Ich würde Ihnen ja viel Glück wünschen, aber... naja. Das müsste alles da jetzt sehen. Er versucht noch rauszufinden, woher diese Schwerststücke stammen. Wir sind vorerst allein. Oh. Lara war immer allein. Bis zu dem siebten Teil hier. So, jetzt holen wir uns erstmal... Lara! Mal runter da! Äh... oh. Nimm den Scheiße mit, bevor du erstickst. Ähm... Auch mit dir! Heiße! Puh! Puh! Lara, jetzt wärst du fast durch meine Schuld verreckt. Äh... Ja, dankeschön. So. Gut, da haben wir jetzt... Wunderbare. Äh... Machen wir auf hier. Wir haben jetzt... Äh... Zwei von... Guck mal, hier gibt's ja nur... Ich finde nur fünf Bronze-Geheimnisse. Ja. Wie gesagt, die holen wir uns alle. So. Jetzt will ich aber trotzdem wissen... Da drüben ist noch ein Bändel. Bringt uns das irgendwas? Bring doch mal hier dran. Ja. Dass wir da hochkommen. Oh. What? Nein. Das soll irgendwie nicht sein. Kontrollpunkt. So, warte, 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 warte. Ähm... Äh... Naja. Okay, befindet hier in der Höhle. Und jetzt von... Beseitigt die Beddies. Achtung, Gegner, steht oben ein Geschütz. Danach müssen wir aufpassen. Äh... Okay. Okay, bei dem Geschütz, rechte Seite irgendwo. Da sind wir... Bei irgendeinem Geschütz... So. Den Rest sollten wir, denke ich mal, alleine schaffen. Da kannst du immer wieder betonen. Das speichere ich mir im Übrigen auch mal. Ach, hier, guck mal. Hier, zack. Das geht ganz einfach. Einfach hier und... Dann hier unter Japan. Japan. Lara, ein sexy Abendkleid war. Ich scrolle eine Stunde lang runter, während ich das doch einfach so hätte haben können. Jo. So. Hier oben hängen Seile. Oh. Davon... Davon... Es ist davon auszugehen, dass ich hier im Wasser nicht... weiterkommen werde. Wir probieren es aber trotzdem einfach mal. Aber hier sind wir so eine Strömung. Da kommt Lara nicht weiter. Oh. Was machst du hier für akrobatische Kunststücke im Wasser? Ich weiß ja, dass du akrobatisch sehr begabt bist, aber... Nee. Okay, sag ich doch. Die Seite hängt nicht umsonst da oben. Oh, Lara. Und Mel, wenn du noch mal solche Sachen raushaust hier, wie, äh, was ist dein Element? Das mag man für dich zu gelten, aber... Dann kriegen wir echt Probleme miteinander. So. Das ist eine Frage. Wie kommen wir an das Seile ran? Können wir das Seile ran holen? Nee, aber wir können da das Floß ran holen. Na klar. So. Was für ein altes Artifakt haben wir denn hier? Ein ziemlich modernes. Bradvins Männer müssen es benutzt haben. Hm. Ja. So. Dann müssen wir jetzt natürlich zielen wieder. Da sind sie in diesen Seilen. Das war, wie gesagt, bei Timo der Vierfunde. Ich war. Und ab. Ich sag ja. Scheiß auf das Seil. Geile Grafik. Oh. Den hab ich schon mal gesehen. Was? Im Notizbuch meines Vaters. Er ist hier gewesen. Bella. Jo. Komm. Oh. Lara. Da will dir wieder jemand ans Leder her. Nähere dich. Nähere dich, ja Frau. Mach doch mal. Verdammt, das war nicht Radlands. Er ist hier immer noch irgendwo. Hier und hier. Ich meine, warum sollen wir die Medi-Packs verschwenden? So. Ah. Lara. Hier wollte ich ja schon wieder, äh, 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 1000 Stücken sehen. Guck mal hier. So. Ich hoffe mal, dass es jetzt so einfach ist, dass wir hier drüber springen können. Hab's? Keine sehr effektive Falle. Jetzt nicht mehr. Sie scheint blockiert zu sein. Hey. 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 Nee, hau mal ab. Mach doch mal die Lampe aus. Bitch. Kommt. Das ist die Lücke. Da sieht man einer an. Äh, wer noch? Ist das auch ein Geheimnis? Nee, sind das Lampe? Oh. Der soll irgendwo geschützt sein, hab ich gelesen. Ja. Das Wasserrad hier scheint zu klemmen. Wir werden wohl nie erfahren, wie es funktioniert. Die Säule sieht ziemlich schwer aus. Es gibt viele Möglichkeiten, die anzutreiben. Lara weiß Bescheid. So. Da soll ich das hin. Guck mal da. Hopp. Auch hier. So. Okay. Dann hätten wir jetzt. Nee, mach mal weg. Da hätten wir jetzt, äh, das dritte Bronze. Habe wir vier. Dritt, vier. Okay. Warte. Alles andere, wie gesagt, mache ich alleine. Ich würde das. Jo. Nächster, äh, nächstes Geheimnis. Was ist unser Anhaltspunkt dafür? Ähm. Gerade ausdrücken. Nach rechts dort, äh. Noch und noch ein Jaguar. Also bei dem nächsten Jaguar müssen wir aufpassen. Muss doch gar nicht, dass die Autos rumfahren. Ähm. Beseitigte diesen. Ähm. Bei dem Floß. Wenn wir ein frohes Floß irgendwo rumliegen sehen. Jaguar und Floß ist jetzt mein Anhaltspunkt hier. Ähm. Okay. Jaguar. Floß. Ja. Und jetzt kümmern wir uns erstmal hier aus. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier um das Rad. Das sieht nicht gesund aus. Was ist das? Ich nehme erstmal hier den Scheiß mit dir. Ja, mach mal hier. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass ich näher nicht ran... Das Geschütz Das ist genau Lara ist krass Das Wasser hat alles wieder zum Laufen gebracht Bist du jetzt zufrieden? Das ist eine verdammte Todesfalle Jetzt funktioniert es Ich finde es ja jetzt spricht hier immer, bist du jetzt zufrieden? Nicht schlecht So Und da und da und da und da Ich hab grad was gesehen, was mich bewegt hat Also die Zielerei mit dem Stick, die ist Hut ab von Leuten, die sowas Ja, dass die da echt knapp drin sind Ehrlich Ja Gut, das Geheimnis hier haben wir eingesammelt Mach mal sicher gehen Ja Hey Hey Lara, hoch hier auf Aber anständig Dankeschön Ähm So Lara Umdrehen Da lang Na Ich warne dich junge Dame Jo, hier rüber Äh Jetzt lass los Ja Du sollst ja an das Bändchen Und Bändel dran werden Ich komm hier an das Bändel dran Das ist die Leiter Das ist die Leiter Hier ist auch ein Bändel Guck mal Wo sollen wir mit dem Bändel hin? Warten wir auf das nächste Achso, wir sollen sich hier oben dran hängen Oder was? Warten wir auf das nächste Boah Das Bändel scheint mir aber ein bisschen hoch Ja Jawohl ja Was soll ich eigentlich damit machen? Alles los Oh Oh Ja Jawohl Und hoch hier komm hier aktivieren um durchzukommen natürlich richtig so jetzt hier rein ne warte mal wieder was mit dem hochzettel ja hat sie brav gemacht Lara nun? Kontrollpunkt das ist gar nicht mal so schlecht das gefällt mir natürlich hoch hier schneller 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 ey ich will immer so hoch springen hier zack 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 aber geht irgendwie nicht ach so du willst hier rüber sag das doch Mädel rede doch mit dir wie soll ich so ein verhalten noch tolerieren? der Kanal führt direkt zum Rad man baut doch kein Wasserrad wenn man nicht ein paar tausend Liter Wasser hat doch es funktioniert nur nicht ja steck doch mal diesen Mist weg das Licht an hier weil licht Kanal führt direkt zum Wasserrad. Ja, gehen wir hier rüber. Was nun? Flos. Jaguar Flos ist unser Stichwort. Na komm, wo dort? Witz, 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 witz. Luft, 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 Luft. Na? Lara, du hast gerade... Du hast gerade ein unschuldiges Tier ermordet. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Ja. Okay. Irgendwo soll ich... Da oben, ich seh's doch. Genau. Ja. Das ist ein Bronzerwarr. Also, Geheimnis. Ich glaube, ich hätte nicht runterspringen dürfen, oder? Kommen wir hier wieder hoch? Lara, kommen wir hier wieder hoch? Kommt hier. Kommen wir wieder hoch? Da drüben. Jo. Einfach. Hey. Ja. Ja. Okay. Hier mit. So. Da hätten wir jetzt. Ähm, natürlich. 4 von 5. Wir haben fast alle Bronze. Aber noch kein Silber. Das ist, äh, das ist, äh, grad ein bisschen belastend. So. Okay. Wo ist das nächste Knackpunkt? Das Floß treibt langsam in die... Ich geh jetzt zu rechts. Der nächste Punkt. Äh. Hm. Okay. Dann sollten wir jetzt wohl irgendwie mit dem Floß hier weitermachen, oder? Warte mal. Das Ding hier. Die müssen doch irgendwie runter hier, oder? Gucken wir das ganze Ding mal an hier. Was wir überhaupt machen sollen. Ja. Wir müssen den Raum hier fluten, damit das Floß überhaupt schwimmfähig wird. Genau. Weil... Ich hätte jetzt gedacht, hier hier lang, aber, äh, hier ist ja zu. Ja. Zack. Ja. Ja. Wo jetzt? Hoch hier. Hm. Ich weiß nicht, Leiter, da müssen wir hoch. Wir müssen... Wir müssen... Irgendwie... Ja, irgendwie ist gut. Mach mein Licht an. Hm. Irgendwohin? Nö. Da drüben? Nö. Hier vielleicht... Ah! So hoch hier. Mach Lampe wieder aus. So. So. Und hier drüben dran. Komm, hopp. Ja. Äh. Das wollen wir, als wir vom Erfinder so gewollt ist? Lara, du musst weniger Süßigkeiten essen. Das kommt von der ganzen Schokolade bei Tomb Raider, äh, äh, 6, Angel of Darkness, haben wir mit Schokolade vollgestopft. Jetzt haben wir den Salat. So. Da, ich reichte. So. 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 verabschieden wir uns hier auch von der wahnsinnig sexy röckruft. Und damit, auch wie gesagt, es hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss.